H in der linken Hand, H, rechts H, S, Fis, äh Quatsch, ja Fis oder Ges und dann B, also H Major 7 zu einem B, Bb7, also hier B, hier B, D, F und As und jetzt S in der linken Hand, hier dann S-Moll, 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 in der linken Hand der Wechsel von S auf Fis, der Akkord ist Ass, H, S und Ges und wieder zum zweiten Akkord, was dann B, D, F und As ist und wieder zurück zum ersten und dann vom Timing, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Okay, langes Video, aber erfüllt seinen Zweck.